Kommen Sie, kommen Sie, mein guter Mann So, mal für ein Thumbnail eben Kein Kollateralschaden, alles gut Und der Creeper ist erledigt, so Vielleicht bräuchten wir noch eine freilaufende Katze, aber das hilft einfach Die Creeper laufen ja von den Katzen weg, aber das hilft einfach nicht wirklich Muss man mal feststellen So, die Frage ist, hier drin der Garten, wie machen wir es Und vor allen Dingen, das Dach müssen wir dann noch dementsprechend erweitern Und die Frage ist, wenn wir den Garten irgendwo in der Mitte des Hauses haben wollen Dann können wir auch das Dach so nicht weiterführen Das bleibt dann hier auf dieser Seite so Sieht irgendwie noch komisch aus da hinten, als ob das noch ein zu hoch ist irgendwie mit dem Holz So, das Dach können wir so nicht weiterführen, das bleibt nur für da vorne Denn hier hinten wollen wir das Haus ja ein bisschen verbreitern, glaube ich Wobei ich selber noch nicht genau weiß, wie wir es machen, was wir da machen Alter, willst du mich verarschen? Ich wohne hier So, und hier müssen wir natürlich dementsprechend auch noch dann Türen in die andere Richtung machen So, hier bauen wir einmal zu Und theoretisch müssten wir das hier natürlich eigentlich durchführen Durchführen, ich betone manchmal sehr merkwürdig, ich weiß So Hier machen wir das mal so Hat der gerade so ein Posting veröffentlicht mit dieser Technik, die bei Microsoft da untersucht wird Wo der Raum dann ausgeleuchtet wird, bla 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 Wo einige meinten, ja, das war schon oll oder ja, das ist ja auch scheißegal Das ist doch voll blöd, die sollen wir lieber was Sinnvolles machen Und da frage ich mich mal so ein bisschen Ob die Menschen dann teilweise wirklich so kurzsichtig sind Gar nicht zu sehen, was das bedeutet Wenn man anfängt, die Räume jetzt schon so Also, ich sag mal Schau mal vor, du hast da so ein Wohnzimmer, ne Und das ist ausgeleuchtet Oder halt wird so ausgeleuchtet, dass du So eine Art Virtual Reality im Wohnzimmer hast Und einige sagen auch, Oculus Rift ist besser Was natürlich auch so nicht stimmt, weil Jegliche Technik in dieser Richtung Für die du Dann Mach ich das hier lieber so oder so Wieder auf der anderen Seite Ich weiß doch ehrlich gesagt gar nicht, was ich da hinmachen will Ich baue jetzt irgendwie Räume an, aber ich hab da noch Wir machen gleich weiter mit dem Gespräch Ich hab jetzt ehrlich gesagt noch nicht so die Ahnung Welche Räume ich da hinmachen will Warum wollte ich da hinten nix hinmachen? Ach, weil es im Haus diese Trenner nicht gibt Diese Steintrenner Pass auf, ich mach den Raum erst mal Ja, brauchst du nicht gucken Hier ist Eigentum So, das scheint zu stimmen So, da hab ich nur Glas hingemacht Huch Wo kommst du denn her? Bleib mal Setz dich doch hin Die Frage ist, mach ich dann da so einen Holzbalken hin Im Haus eher nicht, ne? Ich mach jetzt erstmal so einen normalen Holzbalken Das können wir später immer noch ändern Und hier Natürlich auch auf der Seite Und dann können wir den Rest mit Glas machen Oder wie auch immer So Nennt man da auch schöne große Glasfenster Wo ist denn hier das Wo ist denn Wo ist denn Ach da, ich seh das immer nicht Mal gucken, wie wir die Durchgänge dann machen Kiste Die Blumen selbst kommen auch in die Kiste Knochenmehl Wieso, die Bedinger kann ich eigentlich auch wegschmeißen Oder so einen Lederkäppi brauchen wir auch nicht Nicht mehr So, die anderen Knochen brauchen wir noch zum Tamen Und jetzt machen wir mit dem Knochenmehl erstmal ein bisschen schön Grünzeug hier rein Am besten sehr blümerant Das klappt da super mit den Blümeranten Naja, naja, naja Diese Zebras Schwein bleibt drin, wenn ich schlafen gehe Schwein bleib drin, wenn ich schlafen gehe Oh, Schwein So, jetzt aber Du Schwein Setzlinge haben wir dabei So, bin ich mal gespannt, wie das wird Am Ende Na, dann setz dir noch lieber einen da hinten hin Schauen wir mal Das können wir ja notfalls nach Wunsch noch korrigieren Und dann können wir hier so einen kleinen Kiesweg durchbauen Wie auch immer Das wäre schon mal ganz nett Und hier Ach, schön ist es hier Ich muss auch langsam mal anfangen, dass wir hier irgendwie so ein bisschen Ein Weizenfeld irgendwo hin machen Aber ich glaube, das möchte ich nicht auf diese Seite machen Ich möchte es eigentlich, glaube ich, eher auf die andere Seite machen Warum, weiß ich nicht Ich glaube einfach, weil sie die Fläche hier besser anbietet Und wir dann quasi mit dem Dachboden die geplante Strecke darüber machen können Und haben da drunter dann Nutzfläche, also Weizenfelder oder sowas Das können wir eigentlich direkt hier ran bauen, oder? Wenn ich jetzt einen Zaun dahin baue Pass mal auf Huch So, da, 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 da Da Ist natürlich auch die Frage, wie groß so ein Ding wird Das ist, was sie gesagt Ich bereue mich Okay Hm Wenn wir das Wenn wir das nach und nach alles mit Weizen machen Und dann hier quasi so einen riesigen Weg durch den Weizen bauen Stell ich mir ja irgendwie cool vor Möp Wir müssen den ja nicht komplett nutzen Wir brauchen auch diesmal keine automatische Erntemaschine Und sonst irgendein Schnibitz Das haben wir ja alles eh schon gemacht Möp So Jetzt müssen wir nur gucken, wie breit wäre denn so ein Ding in etwa Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Elf Das ist glaube ich zu breit, ne? Ich glaube ich mache mal 8er Breite Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Neun für den Abschluss Und hier dann Huch Erde, 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 Erde So und hier dann Da geht es dann weiter Da wäre der Durchgang Eins, zwei, drei, vier Fünf Fünf, sechs, sieben, acht, neun Scheiße Okay, wir brauchen mehr Zäune Und dann gehst du hier halt durch Und dann hast du links und rechts ein bisschen Weizen Ich glaube, das wäre gar nicht so uncool Und wir übertreiben mit der Größe Zwar schon, aber nicht so sehr So, pass mal auf, was ich mir mal mache Ich würde mir gerne so einen Vogel halten Ich muss mal gucken, ob das überhaupt geht Das wäre voll witzig, wenn man sich so ein Vogel Vögelchen halten könnte zu Hause Äh, die Knochen passen jetzt da nicht mehr rein Die Schlangeneier können wir so weit schmeißen, wie wir denn können Knochenmehl lasse ich drin Äh, 15 Samen Okay, wir halten uns doch keinen Vogel Das ist nämlich super lauter auf dem Ohr gerade So, zack Äh, das ist laut Ich bring gleich irgendwas um Schnauze Ach, das sind auch drei Die RGB-Vögel hier wieder Alter, da sitzt Was sind denn mit den Kühen los, Alter? Die sind ja überall Die sitzen im Baum Die sind überall Huch Und ich wollte ja noch Zaun machen, damit uns da nicht die Tiere reinlaufen Was ist das denn da? Ich glaube, die Katze will mit den Vögeln spielen Ähm, Zaun Alter, ist das laut Das wird niemals reichen Das ist eher ein bisschen erbärmlich Erbärmlich Scheiße Äh, ich hab keinen Platz mehr Im Inventar Die wollte ich ja wegschmeißen Hä Was? Wieso boxt mich der Strauß? Bist du bekloppt? Du bescheuerter Scheißstrauß Was ist das denn? Ich tue dem doch gar nichts Ach so Jetzt wollte ich ja Ich bin so doof So, den Zaun Können wir jetzt schön weiter so setzen Ich guck erst mal Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Acht, neun Und dann eigentlich hier noch einen Weil der muss ja hier gegen irgendwas abschließen Könnte theoretisch mit dem Berg abschließen Da hinten, ne? Schaufel hab ich natürlich auch Gar nicht dabei Vielleicht mach ich das doch noch ein bisschen breiter Ich guck mal Eins, zwei Stimmt, wir haben Wasser gar nicht dabei diesmal Aber das ist eigentlich halb so wild Das braucht man ja nicht unbedingt So Wie es schön wächst Natürlich haben wir kein Wasser dabei Das könnte man natürlich hier in irgendwelche Gräben machen Alle acht Felder mal Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Sieben Acht Und dann müssten wir Ach, ich hab eh nichts mehr Das wird eh alles breit getreten Ich weiß es schon jetzt Ich weiß gar nicht, warum ich mir die Mühe gemacht habe Aber da wird eh alles kaputt getreten dann So, genau Das Leder brauchen wir Huch So Na gut Dann machen wir hier schöne große Felder Das wird ein bisschen dauern natürlich Ich hoffe nur Die Viecher treten uns das nicht sofort kaputt Und ich guck mal ganz kurz Dass ich hier noch ein bisschen Scheiße ablegen kann Ich hab ja auch noch nur eine Graffelkiste hier irgendwie Ähm Und da ist ziemlicher Mist drin Wie zum Beispiel Buschelgras Den keine Sau braucht Diese komischen Schlangeier Die können wir auch wegschmeißen Und dann Die Dinger packe ich mal hier rein So Geweckschwein Ich glaub dem gefällt's dir Ah, guck mal Ich glaub dem gefällt's dir 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 Ich glaub dem gefällt's dir